Ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Binding of Isaac Rebirth! Es ist Montag, warum freue ich mich eigentlich so? Wir wollen halt arbeiten. Eigentlich macht das keinen Sinn. Aber ich freue mich einfach so The Binding of Isaac Rebirth zu spielen und vielleicht auch mal wieder zu gewinnen. Es steht da fast nur noch Boss Rush an. Ben ist auch schon sehr motiviert und hängt ja ziemlich durch nach dem harten Wochenende. Also ich muss halt wieder mitmachen, stimmt. Ja, wen spielen wir denn? Ein bisschen Depressionsgeplänkel mit The Blue Baby? Na klar. Wenn du damit einsteigen willst, warum nicht? Damit fängt die Woche doch gut an. Du kannst immer gleich mal mitmachen, wenn du willst. Und da können wir mal ein bisschen näher... Den Raum vollkacken. Ja. Und du bist glücklich, guck mal. Ich guck mal, ich bin auch ein Blue Baby. Und zwar Hellblue Baby. Ich wollte es nicht sagen, aber es kam mir fast zu dumm rüber, Hellblue zu sagen. Ich habe die mal runtergelockt. Kein Problem von mir. Kein Problem. Easy peasy. Das ist ein Blaustein. Du musst also hier aus einem Bomber haben. Wir werden ihn totpupsen. Explosive Fire Pups. Und da ist das so wichtig, das war wichtig. Einigen kaputt. Wir müssen das noch ein Blaustein. Das ist für das Blue Baby eine coole Sache. Ja, auf jeden Fall. Auch wenn man keine Bomben hat. Dann kaufen wir eine. Ja, kaufen wir eine. Wir müssen nur mit dem Boss machen. Weil, ich glaube, das habt ihr mal gemacht. Das kann sein, ja. Hinten könnte da Supergeheimraum sein. Ja. Das war knapp. Ja. Irgendwann eine Schlüssel. Schlüssel für den Job. Und wenn man in den Job reinkommt, können wir eine Bombe kaufen. Vielleicht. Zumindest der Plan. Hier kommt wieder hier rein. Kommt genau. Sehr gut. So schön hier hinterher. Sehr gut. Dann kannst du das richtig gut. Ich habe die mal eingeparkt. Die haben dich weggepupst. Weggeparkt. Weggeparkt. Komm mal runter. Von deinem hohen Stein. Hohen Ross. Die Schussgeschwindigkeit war irgendwie gerade ziemlich schnell. Ich dachte schon gerade auch so. Und dabei gab es noch nicht mal einen Feierabend hier. Wo sind die Reflexe? Ich besaß mal welche. Du warst auch alt. Ich? Niemals. Wo sind die Goldräume? Da frage ich mich gerade. Ist ja kein Challenge mehr. Ne. Dann musst du noch mal raus. Erstmal nehmen wir diese Münze mit. Okay. Fast 5 Münzen. Was ist Geld für eine Bombe? Ja. Nehmen wir. Du bist aus dem Goldraum raus gekommen. Sehr gut. Das heißt wir müssen keinen Schlüssel benutzen. Und den hätten wir sowieso nicht benutzen. Weil er erzählt ne. Ja. Das war nicht cool. Der richtige. Ja. Das macht ja Schaden. Glaubst du auch noch so. Ja. Das ist ideal. Pups dann wenigstens noch immer. Aber für die Blue Baby ist das top. Muss man das mal irgendwie sagen. Nicht einsetzen? Doch. 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 Wir freuen uns alle. Das klingt zwar nicht so irgendwie gerade. Die haben sich grad ne Taktik ausgemacht. Ey du. Der Fettung sind runter. Der macht hinten dicht. Guck mal. Wenn wir nicht sehen. Rennen wir sie kopflos rum würde ich meinen. Da guckst du rein. Vielleicht ne gesenkte Bombe. Ja wir gucken erstmal noch den letzten Raum. Vielleicht kriegt man da noch. Ein Münze. Ein heiliges Erz. Getörne hat. Ich wollte auch grad so hoch schreien. Aber ich kam nicht so. War die Stimme schon weg. Ich dachte das war so hoch. Ich dachte dass du im. Beide. Sehr gut. Dass das in einem Bereich war. Dass man nicht mehr hören konnte. Oder so ja. Es könnte sein dass einige jetzt Ohrbluten bekommen haben. Ich dachte jetzt so mit nem Gehirnschlag. Tot vom Stuhl kippen. Weil sie es mit Kopfhörern gehört haben. Ja das Mensch ja mit Ohrbluten. Äh Ohrbluten. Ohrbluten. Das habt ihr übrigens auch noch bekommen. Und da ist noch ein X-Stein. Das ist ideal fürs Blue Baby. Ja. Ja er täte jetzt seine eigene Frau. Und ein Glück hinterlasst er ja Bomben wenn er stirbt. Wir werden ihn töten. Wir werden ihn töten. Werden wir nicht. Das macht dann so viel Spaß. Wieso müssen wir ihn ja nicht immer töten. Können wir ihn nicht davon überzeugen unsere Sache. Unsere Sache anzuschließen und einfach mitkommen. Ja wir haben auch schon mal versucht. Das ist eigentlich die Begründung warum es nicht geht. Haben wir schon versucht. Haben wir schon versucht. Das ist eigentlich die Begründung warum es nicht geht. Haben wir schon versucht. Hättest du jetzt dieses coole Suizid Baby gehabt. Was wir noch nicht freigeschaltet haben. Ja. Hättest du mich nur operieren lassen müssen. Hättest du nicht operieren lassen müssen. Um operieren. Um operieren. Komm das ist lustiger. Achja. Um operieren. Mach mal auf. Denken wir drüber nach. Ja. Wollte gerade fragen. Wo sind die Gegner. Ich habe auch keine Boxleiste gesehen. Ich habe auch so ein bisschen verängstigt. Invisboss. Invisboss. Ah danke für die Bombe. Ich spiel mag uns. Oh es gibt nicht Münzen. Es gibt ja ein blaues Herz. Riesenfeuer. Eternal Heart. Münze? Eternal Heart. Ah. Eiz. 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 Off-Niras 2018 Du hast gut regiert. Das war noch mal. Du regiert ist gut. 哪e доп...... Okay. слиありがとうございました. Slow bad classic. Slow bad classic. Und meine große Löwen töten. ли waren noch immer ge scenes parallel." Du musst sprinten ohne zu rennen. Statt zu lineisch championen. Ich war gerade zu überlegen wo war'ns. Bei One piece schneiden ohne zu spalten. Ja doch. Was musst du Zorro lernen? Schneiden ohne zu spalten, oder? Oder spalten ohne zu schneiden? Weil irgendwas extrem widersprüchlich ist auf jeden Fall. Ja, das war auch Metall schneiden am Ende, ne? Ja. Aber gegen diesen Metalltypen, der sich hier überall in seinen Körper Klingen wachsen lassen konnte. Ja. Klingen ohne... Das war schon... Das war mehr als schlecht, gerade. Ey, komm. Du hast gelacht. Hat mich schon ein bisschen gut. Das ist das Schlimme, selbst wenn du jemandem einen abgrundtiefen rassistischen Witz erzählst. Du lachst auch drüber, aber im Nachgang findest du es eigentlich schlimm und... Was tun wir, was tun wir? Wir machen uns einfach tot, oder? Oh, scheiße. Ja, kommt man jetzt dafür. Wir haben es nicht geschafft. Erkenntnis des Abends. Wir haben es nicht geschafft. Aber das ist ein Goldraum, mit Bomben drin. Hattet man das jetzt gehabt? Ja. Hattet man ganz viel Scheiße gehabt. Und noch irgendwas runtergesetztes? Na klar, runtergesetztes Bomben. Boom. Das wär's jetzt. Fünf Bomben. Ah, wir spenden. Nämlich 805. Geil. Wollen wir nochmal irgendwo hingehen? Den... Hast du irgendwo irgendwo hin? Den Schildernischraum, wo die goldene Kiste drin ist. Kannst du versuchen, ja. Aber was erhoffen wir uns dann? Eine Bombe... Da kannst du freispringen, kriegst eine Bombe und eine Aufladung. Oh, für die Aufladung die 90. Ja, sehr gut. Kannst sogar noch mehr machen. Ja, waren noch ein paar X-Steine. Wieder das Bedürfnis mit meinem... äh... Süßen... Bandage-Ball. Kückel. Mit Monster-Kückel, ja. Oh. Oh. Das ist immer krass. Komm jetzt nach unten ran. Ah, doch. Ich komm nach unten. Kann... Also nach unten. Nach unten. Das wäre natürlich schon Top-Run, wenn... wir wirklich unser Kückel-Monster mal wieder bekommen würden. Ja. Ja. Da bräuchten wir immer noch den Super-Mit-Ball. Stimmt, ja. Wir wollen noch nicht. Oh Mann ey. Wann komm jetzt? Yay. Du musst mal rein rein, hab ich gehört. Ja, auch mitten in der Mitte, was ziemlich dumm ist. Mitte in der Mitte? Mitten in der Mitte. Mittendrin statt nur dabei. Wenn ich am Rand der Mitte bist, wirst du. Könnt ihr mal sterben. Wir haben den letzten getötet. Das ist irgendwie... Der faglich. Den letzten Boss. Den... Arbinger. Dort geschossen. Wow. Muss ich mal direkt vor deiner Schlauze spawnen. Da kam es praktisch nicht da raus. So, war es X-Stein links eh noch? Ne, oder? Ich dachte, das war gar keiner auf der Ebene. Doch, einer war. Glaube nicht. Also hier, doch. Hier kannst du auf jeden Fall mal rein. In die Mitte. Ja, naja klar. Komm ich da so ran? Ich lieber von hier. Dann hier musst du legen, wenn dann. Ja. Diese großen Taktiken. Das ist der Wahnsinn. Kriegst du eine Bombe und eine Aufladung? Top. Und jetzt musst du dann noch nach oben. Ja, gut. Wir können mal hier einen Geheimraum nach links. Ne, kann doch nicht sein. Ja, nach rechts. Oder da nach oben. Ne, nach hier nach oben. Hier könnt ihr sein, ja. Hier wird er sein. Top. Gab es irgendwas im Shop? Boom. Boom. Ne, nochmal Bomben brauchst du ja nicht, oder? Spenden. Da, X-Stein. Ah, den hab ich nie gesehen. Was, wenn du in der Ecke eingeklemmt wirst du? Ne, ich war bei der rechten. Und da hab ich nur auf mich geguckt. Ja, ja, gut. Den Schaden, den wir brauchen. Carddex. Ne. Ne, ist ja einsetzbar. Ist ja doof. Ja. Die Frage, ob man das Geld dann spendet. Oh, das. Ja. 811. Noch 180 Münzen. Rund. 188, um genau zu sein. Du, mit deinen 88. Ja. Schon im Nuss, oder? So, ach. Die kommen auch immer. Mich? Dich? Ja, ne. Geh, Naran. Okay. Ich hab nur noch dich geguckt und dachte mir, nein, er hat nur dich. Halo. Im Zweichhalt, unbekommen und. Ich war trotzdem der Meinung, dass wir es schon vorher mal hatten. Der stimmt auf einem anderen Spielstand. Was kann so? Anderer Spielstand. Du meinst den Spielstand, wo schon längst Platinumgott sind? Der real Platinumgott. Daher haben wir unsere ganzen Informationen. Genau. Wir sind nämlich sonst eigentlich wieder zu Pro-Gamer. Ja. Wir stellen uns bloß jetzt gerade mit Absicht doof an. Ja. Sonst würden immer die anderen alle sagen, ey, Cheater. Ja. 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 Du schaffst gelbe. Wie ist schlecht. So spielen wir sonst immer. Ja. Da ist Ben noch gar nicht überrascht. Sonst. Aber jetzt muss es halt so tun. Ja. Sonst. Ich hab lange geübt, um äh, diese Maske aufrecht zu erhalten. Du musst wieder schlecht spielen. Hör auf damit. Ich muss mehr trinken. Alles gut. Können wir noch mal mehr Pilze springen vielleicht? Du hast die Richtung schon angezeigt. Du willst nach oben, sagst du. Hoch hinaus. In den Olymp. Zu den Göttern. Ja. Tod. 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 Ja. Das würdest du nur ohne mich machen. Gewinn. Das ist gut möglich. Das ist sehr gut möglich sogar. Ja. Speed up für uns beide. Da ist auf jeden Fall schon mal nicht der Geheimraum. Das ist nett. Können wir geben mir eine Bombe zurück. Geht sterben. Der sollte übern sterben. Aber ist ok. Äh, Goldraum war auch noch nicht. Aber du kannst den Buch rein setzen. Trotz um den Buch rein. Ja. 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 Also fliegen. Als sonnest du da jetzt aber nicht sieht wie die Kugel fliegt von ihm. Ja. Und da oben eingeengt ist. Ja, wenn er ganz oben ist an der Wand, ist er ok. Dann schießt er an die Wand rein. Sehr gut. Reveillieren. Ich hätte jetzt ein kleines Loch springen müssen. Ja. Ja, ist nicht so verkehrt, würde ich sagen. Und dadurch, dass wir aller sechs Räume ein Herzchen kriegen, ist das ok. Hey, Herzle! Oh ja, jetzt haben wir gerade ein Effekt. Da oben ist er. Müssen wir gar nicht so weit laufen. Sorry, ich auch. Und noch mal, alter Schwede. Das, der Raum war gerade wieder oben, ist noch ein schwarzer. Achtung! Ach da! Mann, oh Mann, hab ich gesehen, ja. Ja, Achtung! Schon, aber einfach mal schlecht gespielt, würde ich sagen. Ich finde es irgendwie auch so bitter, dass diese Viecher sich dann in Kacke verwandeln und die schießen dann trotzdem noch weiter. Ja, immerhin leben. Weißt du? Hast du mal irgendwie... Wie viel Herz haben wir da jetzt gelassen? Drei? Also ich habe eins und du hast zwei, glaube ich. Ja. Schade. Schokolade. Schocki. Ja, dann gehe ich weiter. Volle Konzentration. Volle Motivation! Sieht schon mal aus wie so ein Emo-Kind, ey. Nicht? Ja. Soll ich die Rasierklinge lieber weglegen, meinst du? Nee. Okay. Caves 2. Ich habe dann auch mit Absicht gewählt, damit du nicht mehr mitspielen musst. Sie hat sich geliebt. Sie hatte Angst? Aber sie hat sich geliebt. Ja. Habt Angst? Sehr gut. Hörstet mich. Ich bin euer Gott. K.U.T.T. Weißraum. Wir gehen doch lieber durch den Großen. Meine Fehlentscheidung. Parcours. Jetzt liegt Angst. Ich glaube, ihr lieben. Das wird viel cooler. Das ist die Gegenseite. Das stimmt. Soviel ist gestorben. Der explodiert. Das will ich nicht machen. Das muss erst mal warten. Aber wenn er hier steht, war ganz ruhig. So, jetzt nicht. Dann halt nicht. So. Sehr gut. Du musst ja unten nicht durch den Raum. Das ist wirklich riesig. Nach links. Das ist die erste Nummer, oder? Irgendwas gefallen. Ja Gott. Okay. Bloß zu mir ist null. Alles ist gut. Das ist mal keine kleinen Spinnen mehr. Die eine ist kleiner als die andere, ne? Ja. Dann ist sie vielleicht noch Nova. Also Achtung. Ah nee. In der letzten Herz. Das ist einfach nur so eine Größe. Ich glaube nicht, dass die... Ah, doch. Müll das Nerz. Dann halt doch. Oh. Ah, aber warum? Ja, das war ein bisschen panisch. Wie zu dem anderen. Der da kam. Hm. Ah, eine Bombe ist bitte. Ich kann dich ruhig mal lieben hier. Du wirst dich lustig mitspielen lassen. Gibt's zu. Deswegen krieg ich ja Damage. Ich glaub nicht. Okay. Ja. Ah! Alter Schwede. Komm mal runter. Dass du jetzt grad nicht von der Couch gesprungen bist. Ein bisschen bin ich auch gesprungen. Ja, eklig. Du? Komm, wie weit schießen die denn da? Ist doch sehr gut. Das war sehr gut. Komm. Ja. Okay, den einkriegst du jetzt ja noch tot, oder? Goldraum links? Krebs da unten. Den Ding mal einsetzen. Ja, eh mal aber. Speed up. Noch zwei Räume. Na gut, du wirst ja noch kriegen. Ja, hab ich nicht. Ist noch ein Raum irgendwo offen? Da unten. Gut, link. Achtung, rechts. Ganz rechts. Achtung, gut, kunde Energie. Ah ne, ich ja. Einmal komplett durchlaufen, oder? Ja. Dafür wollen wir, gab es ja keine, oder? Ich lauf langsam durch. Sicher, sicher. Top. Den Raum sind wir. Und den nächsten auch noch, oder? Wenn wir einmal in der Ecke sind. Oh, naja, wenn du das wagen willst. Habe ich das. Was ist davon? Ist ja nicht schlimm. Ich glaube, muss es sich auf jeden Fall nicht lohnen, brauchst du willst spenden. Genau, dafür den Schlüssel. Lieber mitnehmen. Und dann haben wir noch eine Aufladung mitgenommen. Sehr schön. Komm, lauf. Kleines Weasel. Käse ist groß. Wieder kleiner. Boah, ist nicht der Spawner. Ne, das nur durch deine Angst, Angst gerade dunkel. Das war sehr verwirrend. Das war eigentlich dankbarer Gegner, oder? Ist okay, ja. Wenn er nicht gerade genau auf der Ecke schießt, dass er einen noch so komisch treffen kann, dann ist es okay. Hat er nicht gemacht. Alles okay. Lindenbeutel. Na, Brotzer Steel halt. Cool, aber. Lagasse. Ja, okay. Zumindest zwei positive. Ganz schön weit zurück zum Boss Rush. Brauchen wir uns doch nicht machen, aber. Ganz schön weit zurück zum Boss Rush. Ja, die sind eklig, wenn die Angst haben, dass die dann permanent ihre Richtung ändern. Wenn man halt in der Nähe ist. Das ist das Problem. Das könnten sie auch so weiter. Für das halbe Jahr kannst du schon gerne mitspielen. Okay, wenn du willst. Konzentriert, aber du darfst. Der Raum eklig ist mit einem schießenden Teil. Ja, das stimmt. Deswegen wollte ich auch so mehr an der Ecke hier drüben bleiben. Müssen wir auch eh mal treffen. Yay. Super. The Dark Bum wär jetzt echt was cooles, oder? Den mal mit dir. Nee. Batterie. Da kommt noch leider nicht ran. Also gar nicht, glaube ich. Ach du, ich fliege von links. Bist du raus oder draus? Ja. Die macht einen Berührungsschaden, was natürlich witzig ist. Was macht sie? Ja. Als die Bombenfliege verliebt war, hat sie halt übsten Berührungsschaden gemacht bei den anderen Gegnern. Ja. Du kannst hier eine Bombe hinlegen, dann kommst du rüber. Ja. Ja. Ich würde aber das erste und nächste Raum machen. Auf jeden Fall. Ich glaube reingucken. Zwei Schlüssel. Necropole ist eins. Eigentlich noch nicht. Ich weiß, wenn wir mehr haben. Schau mal in den großen Raum. Wartungsziehung. Ja. Nicht. Heimgesucht. Oh. Auch wieder eine wunderschöne Kante. Sehr gut. Zwei Herzen. Das ist wichtig. Aber wieder kein Devil hier. Der kostet ja sowieso drei Herzen. Eben. Das ist eigentlich geil. Und. Ja. Sag mal. Notfalls die Batterie mitnehmen. Die Batterie. Genau. Hab ich mir auch gedacht. Reinigstein. Nein. Oh. Ja. Und dann war. Ich bin dumm. Ha. Ich hab schon irgendwie so panisch geguckt. Äh. Ja. Oder eher. Ich war so überrascht, dass ich den ersten Trainer überhaupt ausgewischen bin. Dann kamen direkt die nächsten. Krass wie schnell die sein können, wenn die verliebt sind. Ja. Oh. Ein Glück hatte der Angst und war nicht verliebt. Ja. Stimmig. Oh. Widerlich. Uh. Zum Glück hatte die mich gesprengt, ey. Das war nicht gut. Das war nicht gut. Das war gut. sich hinzustellen. Nicht wirklich taktisch. Gut. Uiuiuiuiuiui. Oh. Glück war das. Keiner der richtig lasert. Das sind aber zwei die richtigen Lasern. Lasern richtig. Eines noch unten. Gut. Zwei Räume. Machen wir aus den kleinen. Nein. Der ist viel angenehmer. Da können wir erst was schön sein. Mh. Ah. Gut das man für sowas keine Bombe verschwendet hat. Justice. Justice geht. Auf jeden Fall noch irgendwie ein Raum. Oder ein Goldraum. Oder ein Goldraum. Komm. Das wäre doch mal was. Dieser ominöse. Ja. Der ist übergewertet. Das ist natürlich wieder nicht. Warte, warte, warte. 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 Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. So. Hast du wieder dein halbes Herz? Juhu. Dock, wieder mitmachen. Ja, da wird gut um. Chat. Warte, warte, warte. Sehr gut. Everyone is Russian! Oder Schaffling, ne? Ja. Kann man sich auch suchen. Was war das? Also ein Ei, was rumfliegt. Gainsawaii. Was auch schießt. Naja. Ziemlich sinnbefreit. Wo ist er? Nö. Glück gehabt. Mein Bewegungsmuster. Dass ich schon irgendwie durchgekommen bin, ohne von den Fliegen getroffen zu werden. Und eigentlich nicht in den Challengeraum reingucken, ne? Unten? Hm. Was erhoffst du dir? Ein Item. Puh. Ah, na gut. Eine Kiste. Ah. Den hergerissen. Aber erstmal hier ein blaues Herz. Ding, der 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 Ding. Bisschen glücklich sein. Yeeeey. Jetzt echte Dark Bomb. Wie viele Herzen hier schon wieder rumliegen. Na, ne Bombe für ne Bombe. Wollen wir überhaupt einen Shop? Herr Honne. Ja. Ja. Also auf jeden Fall offen. Aber frage mich jetzt nicht was drin war. Ich glaube es war sogar irgendwas cooles drin. Aber ich kann es ja auch nicht mehr sagen was. Aber es war was cooles. Und was zum spielen. Und was süßes. Das heißt du ziehst den Run in die Länge und gehst nochmal in den Shop. Eine Batterie. Das wars. Oder. Wir haben noch was cooleres gesehen. Kann mich den Sinn. Das war was cooleres. Okay. Und du was sagst. Jetzt bist du gespannt ne. So was von. Ja. Double Items. So ganz cool ist es nicht aber. Ja. Immer doppelte Münzen, doppelte Schüssel, doppelte Bomben. Ich glaube die blaue Herzen. Ah ne. Das gibt es ja auch nicht. Warum eigentlich nicht? Das ist total schade. So ein doppel heiliges Herz was dann gleich ein ganzes ist. Sehr gut. Das ist Nummer 3. Er hat Angst. Er hat wirklich viel Angst. So soll ich euch mitmachen oder? Wenn sie möchten. Dürfen sie mitmachen. Da schießen das Ei hin. Das ist sehr komisch. Oder hast du das als Kontrolle? Ich glaube als Kontrolle. Ja. Bomben. Achtung. Sehr gut. Auf jeden Fall den Run schon mal sehr erleichtern wenn wir den ja geschafft haben. Ja. Wenn wir schon mal. Ja. Wenn sie dann frei rumläuft und killt. Warte. Geh weg. Oh. Hast schon. Keine Angst. Okay. Juhu. Und drinnen hier. Das ist aber. Ja wenn es Krampus. Na schwarze Herzen können da drinnen liegen. Ja. Fliegen und Spektral drehen. Könnte man sogar fast überlegen oder? Also ich würde eigentlich schon sagen ja. Weil dann kannst du die schön irgendwo aufstellen. Stell mich irgendwo hin genau. Und sie killt alles. Sie macht mal einen auf Rambo. Auf süßen Rambo. Sie ist ein Knuddel Rambo. Ja. Hütteln sie du Tote. Sie schießt ja auch noch. Na weil ich schieße ja. Wenn ich schieße schieße sie auch. Achso. Ich dachte eigentlich dass sie dann nur noch rennt und nicht mehr schießt. Deswegen. Zweite letzte Stufe. Dann wird sie einfach schlechter. Jetzt schießt sie nicht mehr. Let's Speed. Hütteln sie du Tote. Sehr gut. Tu auch Diamonds. Würde ich mir auch heben. Definitiv. Ja gut. Das war wichtig. Dass der Typ Angst hatte. Kannst du ein Buch einsetzen? Stellenschrauben reingucken oder? Ja gleich. Nope. Hm. 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 Mit der alten ist es schon relativ einfach fast. Die ist eigentlich wie der abgehackte Körper was halt geil ist. Ich war da drin. Ach spinn. Es geht los ihr Gegner auch mal. Geh hin. Oh. Ich darf nicht vergessen. Wenn er Angst hat. Ja. Ich würde sagen ich vergesse immer wieder. Aber man weiß nicht so richtig wo er dann hinspringt. Oh mein Gott er hat Angst. Jetzt hat er keine Angst mehr. Gehen. Geh gut. Uh. Gehen. Oh. Das war knapp. Das war es tatsächlich. So. Das war einfach. Sehr gut. In Münzen hat es sich auf jeden Fall gelohnt. Aber ein Herz habe ich halt verloren. Ich habe es auch gleich hier oben. Ich weiß gar nicht. Die Hand löst die sofort aus. Wenn ich in den Raum reinkommen oder was? Oder wenn ich getroffen werde. Wenn du getroffen wirst. Weil die Hand hat doch gesagt. Wenn du auf ein rotes Herz runterfällst. Das so ein schwarzes Herz getroppt wird. Du stellst Fragen. Ich dachte die tut nur irgendwelche Kisten droppen oder so. Nicht? Die Hand? Ne. Das ist ja. Das ist die andere. Du hast das auch. Die Monkey Hand. Das ist die die verringert sich. Du hast drei schwarze Herzen frei. Okay. So ich weiß ob du jetzt Verdoppelung einsetzt. Und dir irgendwas mitnimmst. Oder? Verdoppelung auf jeden Fall. Das nehme ich mit. Und dann werde ich erstmal eine Weile spenden. Und heute kannst du mal gucken was die Affenhändchen macht. Da. The Monkey Spar. When you reach a half heart of life remaining. Ah ok. Also wenn du auf ein halbes Herz runterfällst. Kommt halt ein schwarzes Herz. Ja und was ist? Das wird getroppt. Und was ist wenn ich keins habe? Du hast also halbes Leben generell. Also halbes Blaues wärs bei dir. Achso. Na gut. Das ist Mist. Ja. Ok. Na da unten war der Goldraum. Lass mich sehen ja. Ja. Durch Spektral drehen. Du kannst auf die drauf gehen und schießen. Wir machen das mit dem drauf gehen. Können Feuer. Du kannst mal drauf gehen. Kannst die drauf gehen? Okay. Kommst du mir? Jetzt fährst Mia. Na durch Glück. Darf ich jetzt fressen? Ja du darfst. Also darfst die fressen. Den hab ich nicht gesehen. Oh mein Gott du hast ein Herz verbraucht. Das Baby. Auch schön dass sie mir gehört. Sie gehört zu dir. Macht sie dann weniger Schatten? Ah. Keine Ahnung. Uh das war knapp. Der wird schon einige Male dagegen rennen. So stört das. Grün. Ab hier. Ok. Nimm mal mit. Ist mir schön. Abo-Seiten. Was würdest du sagen? Links oben? Ja. Schon wieder fast. Also. Wird ja am ehesten vermuten dass er dort ist. Rennn. Wie nochmal? Rennn. Kannst du nicht irgendwie drüber gehen? Achso. Ne. Der spuckt ja. Alles klar. Der macht so eine Welle. Der macht so eine Welle. Ne. Nicht nur. Der spuckt ja alles klar. Der spuckt ja auch monstros. Lungen mäßig. Ja das mennische hat diese. Die sind nur. Die sind nur. Die sind nur. Uff. Ja. Noch mehr Leute die sinnlos rumschießen. Bis. Oder stirbt. Ich glaube ich auch. Die haben auch ein Fumme Schaden. Da geht auch nicht durch. Das schluss. Ok. Das zählt dann nicht ne. Schauts Herz. Nichts. Nichts. Fahre. Die sind relativ schön. Nein. Kannst du doch. Ah ne. Ich darf. Oder wenn du dann nach dir treten. Oh. Ich habe meinen Rücken nicht zu haben. Dies. Ich geh doch mal auf die Hand. Ok. Dritt noch hier. Man ey. War knapp. War sehr knapp. War nicht mehr knapp. Inzentration alter. Das gibt's doch nicht. So. Wo würdest du hin? Zum Teufel. Ja? Ja. Ich glaube schon. Ok. War's schon. Ich glaube schon das muss. Ich glaube Blue Baby hat man die linke Seite komplett. Stimmt. So hat man Würfel nicht gehabt. Da passt es gleich ja daneben. Top. Interessant. Äh. Ja. Die sind schon alleine schlimm genug. Die sind schon alleine schlimm genug. Ist das jetzt nicht? Hopp. Verarscht. Du musst oben lang. Ja. Das wärs jetzt aber auch echt gewesen. Ja. Wir hatten auch mal so eine komische ähnliche Ebene. Das würde ich so wahr. Eben? Eben? Mit eben was nicht ne. Wie sie sich nicht angreift. Ich weiß nicht ob die einen nicht sehen wenn man auf dem Stein ist. Also komisch war's schon dass die nicht so. Ich meine sie auch nicht. Achso. Sie sich ja direkt davon hat nicht angegriffen. Ich weiß nicht ob sie nur angreift wenn. Was hat er denn gerade gemacht das gesehen? Okay. Einfach mal geschossen wenn er unten war. Okay. Mach links dann oder? Ich denke schon ja. Nee. Oder auch nicht. Rausspringen? Nö. Mach mal. Ich hab nen Beschützer neben mir. Da kümmert sich alles was irgendwie näher an uns rankommt. Ja ich merk schon. Ja der ist. Und dann nimm es hier der noch. Und der noch. Nimm mal alles mit. Oh wirklich. Hält sich davor so. Hallo. Oh sehr schön. Ganz schön flink gerade mit dem Mini-Masch. Denkste. Ich kann wirklich sein. Ist der denn dort. Boah. Zu langsam raus. Widerlicher Raum. Ja. Oh. Du ist ein schwarzes Herz. Scheiß Dreck. Das ist echt ja. Tower ist auch scheiße. Naja ich nehm es zumindest noch mit. Unten oder? Ja ja. Nach unten und dann nach links oder aus? Hm. Wird auch Schluss sein. Nein doch nicht. Und der andere explodiert. Wie sie denn da rennt. Ich krieg dich. Ich krieg dich. Ich krieg dich. Das ist ja auch immer auf kleine Stelle und von da ausschießen. Macht dann zu wenig. Sag jetzt nicht wir hätten uns wieder durchbringen können. Nein. Ein Glück. Sehr gut. Einer hat mich irgendwie geliebt. Oh Mann ey. Na bloß auf konstanten 5,5 Herzchen. Jo. Geil. Was denn? Na ja. Top. Es hat gereicht. Kein Fall an. Schreibt vielleicht nicht an. Sie ist gerne Rentsen aufgehört. Das ist sie. Ja. Selbst die Sensor hat Angst gehabt. Sehr schön. Das ist wirklich cool. Wow. Wenn die jetzt auf irgendeinen Gegner drauf geht. Ist der glaube ich weg. Wenn sie drauf geht. Macht sie einen Doppelschuss? Kann das sein. Wiss ich. Also kannst du noch mal schießen. Nein. Wann halt den Schuss. Krampus nö. Nee. Kohle wäre cooler gewesen. Ich finde eigentlich schon cool, dass du so Blue Baby als Dämonengeist mit Heiligenschein. Ja. Und die Frauen lieben dich. Jetzt rennen wir hinterher. Ja. Wieso so halb geschlossen den Augen rennt. Lala. Das ist mein Pissschüt. Kannst mal auf die Karte gucken, ob irgendwann mal der Effekt kommt. Ja. Alles klar. Aber sie frisst jetzt aktiver muss man sagen. Jetzt hast du wahrscheinlich die richtige Größe erreicht, dass sie auch ran kommen. Ich seh's. Ja. Ein Glück haben die Angst, ey. Ja. 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 Geh doch raus. Hä? Was willst du von mir? Also schönen Schlauch drücken, dachte ich. Achso. Da oben. Ist die Frage, ob sie einfach nur durch den großen Raum durch, oder nicht? Das macht keinen Sinn, aber schon mal trotzdem. Doch. Tatsächlich. Natürlich. Warum noch eben so ein Special Raum? Die Frage ist, ob man noch zu dem sich hinkämpft, oder nicht? Was heißt denn Special? Na, dieser Holzkistenraum. Also nicht Würfelraum, sondern... Ja, ja. Mit diesem Goldstreifen. Ja. Könnten halt Batterien auch unter anderem drin sein. Hm. Gucke ich gleich mal. Der war glaube ich hier einfach nur nach unten halt. Rechts oder das? Hier und dann runter, ja. So. Hinter dem Raum jetzt. Na ja. Krieg ich wenigstens in der Aufladung. Ja. Kann man das Explodieren bisschen weggemacht. Ja. Ja. Hat sich doch gelohnt, oder? Alles geplant. Das ist die Bombe. Hä? Was war das? Bombsarkis. Lemon Party. Lockdown. Paralyse. Lemon Party. Bombsarkis. Lemon Party mit dem? Klar. Hm. Und da ist die Batterie, siehst du? Wie angekündigt. Ich hatte recht gehabt. Ich kann nichts dagegen sagen. Verdammte Axt. Na gut. Bei Zender sind wir halt in Herz. Ja. Warum nicht? Du kriegst es nicht. Wenn es das kostenlos gäbe, dann hätte ich es gern genommen. Aber es gibt es nicht. Ey hier der Dark Bam, der wäre ein Paradies. Alles gut. Du hast schon ein Einschwinzen. Das stimmt. Sie macht nichts. Weil sie sich nicht reinstellen kann. Ist das gleich so geht, wo man sich nicht reinstellen kann? Hier selber wie ein Stein werfen, oder? Ja. Weil hier kann sie sich ja wie reinstellen, weißt du? Ah, sieh. Wir ziehen mich weiter. Wir müssen nach unten. Jo. Also weißt du wie ich es meine? Hm. Ja das hier, wie gesagt. Man würde jetzt zum Beispiel bei den, ähm, Triple Spuckern, diese Steine. Die, die rennt man ja auch dagegen. Das ist wie so eine Blockade. Ja genau. Oh. Scheiße, nein. Hier geht's halt. Du bist doch gleich dran. Ich hab aber beide getroffen. Ja ne, ist doch nicht. Nein, nein. Er wollte auch gerade. Oh, ach schade. Mal gucken, ob der Effekt wieder kommt. Das ist trotzdem ecklich. Muss halt über Steine bleiben. Ja. Sehr gut. Achtung. Das ist wieder. Ich erreiche es einfach nicht. Sehr gut. Geh in deine Ecke. Kannst du ein Buch einsetzen? Die Wand ist so schön. warm. Streichel die Flauschige Wand. Streichel die Flauschige Wand. Streichel die Flauschige Wand. Streichel die Flauschige Wand. Gekommen? Worms Brotten Head. Mal kurz vorbeirennen. Ah, du bist so schön flauschig, Alter. Du bist so schön schwer. Der erinnert mich ein bisschen an einen von One Piece aus der aktuellen Staffel, der auch so ein fett ist. Oh, die kommen aber aus der Richtung. Ja. Sehr gut. Da hat er keinen Schaden gemacht. Was denn? Hast du es nicht mitbekommen? Nein. Da war noch hier dieser dreiäugige Teufel mit drin, der seine Bewegung kopiert. Ja. Und du hast den berührt. Und das hat er sich einfach in Scheiße verwandelt. In der Mitte des Raums oder was? Deswegen war da die Scheiße. Genau. Oh, der hat dir halt keinen Schaden gemacht. Das war auch schon ziemlich nah, wie du dich gerade dann herangestellt hast. Ja. Ich muss ja irgendwie zeigen, dass der Gegner da ist. Sonst wird das ja nichts. Brauchst du ein Geld einsammeln? Das Ding auch enthält, sonst wird das nicht. Sehr gut. Und das ist mein Mg. Gabi? Got hit. Ne, ich wusste es. Na, Gabi wäre ziemlich bitter gewesen. Oh. Oh. Ja, die Katze. Da habe ich schon gar nicht gedacht. Nur bewegen. Nur bewegen. Nur bewegen. Ach. Was war ja? Explodiert es. Links. Unten. Hat sie ihn? Ja, links. Kannst sein. Yay. Tour of Diamonds. Stimmt. Lenden Party jetzt auch einfach einsetzen können. Ne, ich habe drauf geachtet, aber bis jetzt noch nicht. Ja, wenn die das nächste Mal kommen, kann sie einfach ein Lenden Party einsetzen. Ja. Ich finde die auch nicht so schlimm. Also du hast da immer mehr Probleme, dass du da immer gleich getroffen hast. Perfekt da. Gerade. Sehr gut. Sehst du, wir rennen weiter, ne? Hm. Wir laufen nach der richtigen Richtung aus. Nichts damit los rushen. Ah, fuck. Warum warst du noch zu getroffen? Ich bin noch im Schuss. Okay. Oh. Sehr gut. Ja. Irgendwas nicht, aber selten. Vollbombe. Jo. Schön wie das, äh, das Auge alles ausgeschossen hat auf der rechten Seite unten. Da oben ist auch ein Fall. Könnte ein blaues Herz runter sein. Die sieht sie gleich, ne? Die sind grün. Fleischfarben. Oh, danke. Mal gesehen. Nochmal. Warum hast du noch mal ein Herz bekommen? Nicht so verkehrt. Er ist da durch die Wand, da muss er auch wiederkommen. Wo ist er hin? Puh, was macht er da drüben? Na? Nochmal Harbinger? Was denkste? Ja. Außer einem grenzkürblichen, schwarzen, geflügelten. Da oben ist... Ja. Da oben ist... Oder ein Laser. Hätte ich nicht gedacht. Ich weiß nicht, wie es geht jetzt. Ja, ich müsste ihn nur mal kurz hinlocken. Irgendwie. Das war gerade mein Drupel. Nehm. Ja, warum hat er da hinten getreten? Weil er mich geliebt hat. Ne, weil er Angst hatte. Oder weil er geliebt hat. Kann natürlich auch sein. Ist er direkt auf das Vieh getreten hat? Möglich. Ah, der Lamp. Ist gerade schon... Ah, sollte. Na ja. Eher nicht. Ich bin irgendwie... gerade ein bisschen pessimistisch unterwegs. Angst gab die Bombe raus. Pillen, Lockdown, Yay. Paralyse. Pillen, Glück gab es dieses Mal gar nicht. Ja. Jetzt hoffe ich mal, dass der Effekt bald kommt. Oder schnell kommt. Aber jetzt brauchst du keine Angst vor den Spuren zu haben. Aber vor den ganzen Viehstern. Ist auch noch so einer, wo er sich durch einstellt. Ja, da sind noch einige Bug fixe saufen. Weg, 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 Weg. Weg, 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 Weg. Du hast Angst vor mira, hallo. Eh... wenn er Angst hat, kraft er an. Kleinerung erstmal, oder? Hm. Voll rein. Bleib an. Bleib nicht, oder? Dann halt nicht. Da muss noch ein paar Lämmenparte da liegen, ne? Oh, ne. Leider nicht. Seid mal aufgeregt. Warte, kommt der noch? Angst, dass der Pferd aus dem Raum lesert. Huiuiui, die Träne war ganz schön eng gerade neben mir. Ne, wie gesagt, wenn er seine Ziele anscheinend nicht hat. Weiter kleine Räume. Wo ist der dritte? Frage. Da ist er. Ich legte da aber schon mal sehr viel versprechend aus. Oh, ja. Oh, trotzdem. Geht mich hin. Da oben hängt irgendwo. Was hängt sie dort überhaupt so rum? Jetzt ist es zu viel, wer da bin gewartet. Ja. Das ging doch so gut. Oh, ja, ja. Das war bitter. Oh. Das ist gut. Das ist hartfressen. Zweieinhalb. Und ein großer Raum. Ich geh durch klein. Ich werde nicht gerne den rausspringen. Ich werde nicht gerne den rausspringen. Ich werde nicht gerne den rausspringen. Hat er gerade gestoppt? Achso, war Angst, hat er alles klar. Angst oder Liebe? Eins von beiden. Ja. Sehr gut. Puh. Aber guck jetzt immer, machen wir jetzt immer groß, weil... Ne, ne, doch nicht. Was denn? Naja, wenn der Bossraum irgendwo links unten war oder was auch immer, sehen wir es natürlich nicht. Wenn die Karte so klein ist. Das meine ich nicht, dass du einfach in den Räumen, wo du drinnen warst, die Karte mal ganz kurz groß machst. Wenn du fertig bist. Kriegt man denn die Effekte überhaupt? Ich glaube, wenn du das so machst, nicht. Eigentlich schon. Dachte ich, dass man... Ja, jetzt hab ich Minimasch. Ich glaube, eher nur ein Zufallsding. Das heißt, du bist jetzt immer hier hoch und runter rein? Ich muss auch mal ein bisschen... ...entschieden. So wie du. Mit einem rumgestehe. Dann mach mal. Zehn Stunden später. Vielleicht geht's doch nicht. Oh mein Gott. Ich glaube, das geht wirklich nicht. Ich dachte immer, das ging ja. Das war wichtig. Einer ist tot. Ja, das war wichtig. Den anderen geht sie schon. Kann man mit schießen, sonst mit schießen wir wieder. Nee. Das macht nichts Spektraldrehen. Achso. Widerlicher Raum. Ich könnte nicht ganz ausweichen. Oh nein. Fick dich doch ey. Das gibt's doch nicht. Der ist natürlich jetzt sehr wichtig. Essenziell. Ich hab eigentlich keinen Bock mehr. Levin Party. Alter. Ausgeglichen. Irgendwie. Ich bin trotzdem mal unglücklich. Ja, ich will es auch. Alter. Mein Herz. Ja, das bringt jetzt auch gar nichts. So als Lazarus. Ja, bringt nichts. Aber Windstreak wird wenigstens nicht genullt. Die steht wirklich in beiden drin, was sehr geil ist. Treif ihn an, Bitch. Schnell sein. Das geht doch. Man muss nur wollen. Oh. Ich muss ein bisschen konzentrieren hier. Schwitze. Nicht schwitzen, konzentrieren. Schnell. Ja. Achso egal, solange dich konzentrierst. Das stimmt. Da siehst du, ist auch eh noch. Wollen die was? Oder was machen die, wenn die so einen komischen Sound machen? Ja. Oh. Oh, ho, ho. Ich konnte echt in großen Raum umgehen. Das war sehr wichtig. Ja. Das war wichtig, dass er übelst schnell tot war. Oh. Komm mal runter, großer. Der schmeißt ganz schön mit Spinnen um sich. Verrückte Spinnen-Lady. Puh. Na, muss das antesten. Wollen wir nach oben. Hat er auch noch klicke, ey. Habe ich nicht. Hat er auch noch klicke. Wenn man so gierig ist, ne. Dann muss man seine Lady vorschicken. Ja. Wollen wir uns dafür, dass du schon das ganze Geld hast. Ah. Ist doch gut. Da. Rechts. Falsch. Ja, ich hab's gesehen. Aber sie ist auf jeden Fall durch. Ist wohl übel, ja. Wie sie den zweiten gerade direkt umgehauen hat. Es gab noch ne Aufladung. Nochmal ihr. Bist schon in die Ecke eingespielt. Ja. Na, den Limp schaffen ohne einmal getroffen zu werden? Na ja, hier oben könnte da super Geheimraum sein. Also ich würde ihn auf jeden Fall noch suchen. Rechts an der Seite. Weil wenn es das schwarze Herz ist, das bringt viel. Einmal getroffen zu werden, ist schon mal Gold wert. Ja, das stimmt. Hier nach unten gerade. Hm. Schade. Wir machen das ohne getroffen. Doch. Hoch, hoch, hoch und links. Kann auch sein. Hoch, hoch, hoch und links. Ja, aber so viele Räume sind hier oben gar nicht mehr. Ein Glück war er da nicht. Sonst hätte ich mir jetzt den Arsch gebissen. Sollen wir noch so einen großen Raum machen? Warum nicht? Na, unbedingt. Dann ist das wahrscheinlich aber so einer, der irgendwie gar nicht so schwer ist. Mal gleich hinschicken. Mal gleich, TL. Das ist doch lehm. Der liegt nicht. Du musst nur schaffen den auszureichen. Der Laserwirdsproblem Du darfst halt nicht diagonal zu ihm stehen, alter Ich hab's geschafft In die Truhe und rein Warte, da muss ich wirklich mal kurz klatschen Also das war Ah ne, nicht der Rede wert Das war ein Lazarus Wenn man dieses scheiß Bandage-Girl hat, dann muss man das doch schaffen Aber, Mann, oh Mann Ja, es gibt wahrscheinlich bessere Aufstellungen Geh mal kurz rein ins Charakterwahlmenü Guck mal kurz Lazarus an Oder Blue Baby Genau, Blue Baby fehlt jetzt Der Lamb Und bei Lazarus Fehlt der Teufel Also, eigentlich hast du's geschafft Du hast bei Blue Baby was freigespielt Und du hast bei Lazarus was freigespielt Ja, ja Und den Winstrick auf 1 gemacht Das ist gut, weil das bedeutet Wir können jetzt mit Lazarus Nur bis Satan spielen Und können dann aufhören Boss Rush bis Satan Boss Rush bis Satan Und du bist durch Ja Schon top Naja Aber wenn du Boss Rush machst Brauchst du wieder eine gute Aufstellung Also Tja Kannst du sehen, wie du willst Ja Gut Wir verabschieden uns erstmal Für den heutigen Tag Und Sehen euch Euch dann morgen wieder Genau Euch eine schöne Woche Guten Start, genau Und ja Bis dann Ciao Bis dann Bis dann S Garrett Bis dann Bis dann Tschüss Bis dann Tschüss So come and get it.